Ja zack, so jetzt hat es funktioniert. Und jetzt ziehe ich da die Türe zu. Wow, Bubble Bubble. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit mir, Kingfalke. Und jetzt haben wir hier ausgeführt, aber ich habe zu weit erstens und zweitens habe ich mitgekriegt. Das ist doch eigentlich für so klein. Und zweitens, hm. Was machst denn du hier oben? Tod und Hass dem B. Da habe ich ja noch. Jetzt habe ich noch einen neuen, aber da auch nicht. Habe ich ja noch. Und jetzt habe ich alles zu den Steak verbraucht. Ich mache mal einen ganzen Steak. Einen ganzen Steak, meine Freunde. Warte mal, da könnten wir das hier oben hören. Wenn dann, das ist das, das ist das, das ist das, das ist das. Und zweitens, das ist sowas niedrig. Nö, eigentlich nicht. Aber da hätte ich... Okay, das hört ja noch herum. Dann muss ich doch jetzt weiter nach unten noch ein bisschen nähen. Ja, ich weiß, wie ich das mache. Erstmal das hier. Den Raum erstmal schon mal aushöhlen. Mal gucken, was da drin kommt. In Theorie. GG. So. So. Hm, 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 hm. Hm. So ein Clicking wirst du da noch nicht raus. So. 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 Jetzt machen wir noch das hier schön weg. Lalalala. Das hier noch eins wieder rum. Weil hoch müsste ich doch. Aber jetzt machen wir erstmal noch um. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ah, das letzte hier. Da haben wir jetzt nur 4 Steine. Aber ich denke, das ohne noch nicht fertig ist. Okay, dann mache ich mal hier. Und hier muss es so. So. Lol. Doch, erst mal unten. Erstmal das hochholen. So und so. Dann hier drüben auch schöner. So geht das so. So. Wir müssen jetzt hier. So, jetzt wieder runter. So. Zack. So. Und hier kommt ja wieder alles eigentlich. Koppeln. So. 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 Sonst. Das ist jetzt die letzte. So. 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 Jetzt gleich wieder. so wenn man jetzt so macht dann kommt man in die neue rei und so mit 13 millionen 2000 aber wenn man jetzt hier in der türen wollen wir das gleich hier inbauen so und dann mache ich auch eine doppelte das stoppt 2000 metern und jetzt muss man machen wir dann schon gleich die türen oder erst mal vorher schlafen so guten morgen so ich könnte ja hier brauche ich ja ein wenig so und dann habe ich jetzt alles mit so und was brauche ich jetzt noch da brauche ich eigentlich ein Ei das habe ich hier noch das habe ich hier nicht verkauft und achso ich wollte mir jetzt eine türen machen so habe ich jetzt hier ne ich brauche ein bisschen Holz so und wartet mal oh so ich mach das mal so da hätte ich vorher noch oh ich hab da halt ich hab Schnee weg machen können so zwei Türen so 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 wo will ich denn hin ich muss ja runter so mal nochmal so ein Licht anmachen hier wo was anderes hier runter hallo soll ich denn die Türen einkflanzen erst mal das da zack 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 neiiin n das scheibenkleister jetzt kann ich das wieder abbauen warum bricht das schnell Falke, warum war es so schnell ich wollte schon sagen aber alle guten Dinge sind rein worden jetzt zieht ihr wieder runter jetzt kann man was essen und jetzt das neu so und jetzt so jetzt müsste das funktionieren hä hm hä 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 hallo das war drei wo mein falke was kannst du das kannst du warum steht so mein kopf eigentlich du wirst ja nicht jens wie das funktioniert da muss das jetzt hin und dann habe ich doch eins zu wenig aber einen habe ich ja noch den könnte ich da hinpacken aber den mann was will ich jetzt mal in die folge machen beides und dann will ich mal kurz reingucken wo ich da rauskomme so noch mal runter jetzt will ich nicht mal wo das gewesen war und das flackert schon wieder hier das flackert das bei diesem textum back warum mal das hier benutzen ich habe zwei jetzt und ihr habt dafür länger zu gucken wenn ich jetzt länger brauche dann und da auch die gläser sind nicht das sind mir nicht egal wo sie werden so hm nur wenn die gläser bei denen nicht zusammen sind mag ich das eigentlich auch wieder nicht aber jollo aber dann sieht das eigentlich nicht schlecht aus hm hervor oh hallo aber der ist ja hoch so jetzt so 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 und das ist auch nicht schlecht wenn ich hier so nah stehe dann sieht man das übelst stark und das alles andere was verschwommen und das ist wegen den Fehler den ich drin habe oder beziehungsweise wegen dem Fehler ist egal bei welchen die da schon hingekommen aber viele andere Tiere sind da nicht hingekommen so nah ran doch zum werwolf wenn wir letztens dann irgendeine Folge gesehen haben was ist denn das eine western fackel und eine normale fackel das sieht aus wie eine normale fackel hier wo ich also auch schon drinnen boah falker einen neuen doppel ähm mitgezeichnet vom leben jetzt muss ich irgendwie da vorne das ist ja ein koppelstow das ist ja ein koppelstow ja hier bin ich letztens ja auch da war das eisen zack 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 hier sind überall eisen zack 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 aber damit wird das nicht so hoch hier hier runter oder sind wo wird da alles rumsteht schnell weg schnell weiter und du bist natürlich hinterher ecklen alter aua und der zack das war gerade überzahlen so seit wann steht denn das da hä so und hier ist aber auch klar aber ich habe jetzt eine andere laufestelle so Theore austrachen jetzt waren eigentlich schon 50 Minuten aber oh oh sterbe oh oh da ist noch einer ist schon wieder voll meine Taschen was ist das hier eigentlich Mist ja Wartenflash die brauche ich ja nicht und jetzt hier hoffentlich ist unten drunter nichts ich mach mal so und wenn ich jetzt hier so mache mhm komm her so und jetzt Kartoffeln und jetzt Kartoffeln mhm oh ich bin fast tot alter das ist eine scheiß stelle habe ich das euch schon mal gesagt wenn ich jetzt hm das wird nur drei da dauern oh so ein idiot so jetzt jetzt habe ich mir eine ruhe nein ich hab nix so das verrotten dafür habe ich auch kein platz so und jetzt nehme ich das mit und da unten wäre ich ja nicht gewöhnen jetzt kann ich wieder raus hier dass ich das von weitem sehe mache ich aber doch wieder auf jetzt ist schon wieder luna lady luga warte mal jetzt wenn ich hier lang gehe zack zack ich nehme jetzt hier mal den weg mal gucken wo ich hier hin komme ich habe ja von mir dachte ich mache länger wenn vorhin gerade schon vorhin gerade schon ist auch nicht schlecht wie ich das immer da schon fünf minuten an sind einfach schwimmen so hier raus schwimmen dann muss ich doch so machen tack 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 und jetzt wieder heben so lang mal mit die facke wieder los und da lang muss ich einfach springen aber eigentlich einfach schwimmen da ist meine meine schöne schöne treppe ist die nicht schön ja die ist nicht schön mhm da ist ein fisch lang geschwommen boah was will der denn Aua er ist noch nicht tot jetzt aber zack 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 und gugen mal ich bin schon wieder luna 2022 so zack 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 hier durch es bringt schon wieder ein kleiner schlafen jetzt habe ich ja wasser in die pflanze also so schnell wie ich das habe ich noch wieder weg genommen und erst mal schlafen wunderschönen guten morgen wo laufe ich denn lang so wie du mit hallo was wird suchen und da nehme ich doch der agentenl erfahrung punkte mit erstmal von vorne was kann man hier wegpacken jetzt habe ich wieder hoch jetzt habe ich wieder platz so das da hin schwerer knochen nicht hier kröbel hier so das kann man schon mal hier hinpacken noch das da hin oh hier hat kein platz mehr dafür gg so ein leder ich packe mal das leder da hin und jetzt hier so wieder nochmal so 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 das ist meiner jut so und jetzt hier runter jetzt mit äh 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 Falke so so dann einen da nach hause und jetzt da runter das da hoch und warten wir mal das da noch hin so 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 hier müsste doch eigentlich runter kommen die andere dann kann ich das so machen und jetzt müsste das aber klappen 1 2 da zack so jetzt hat es funktioniert oh dann mache ich das so so oh mach ich so so und jetzt ziehe ich da hin Tür zu oh wabbel wabbel da unten und sind die Bilder woher ist dann schön dunkel hallo oh ich müsste mir erst mal ich werde noch ein bisschen gucken oder nö auf wiedersehen hoffentlich hat das spiel gefallen ich würde mich freuen wenn ihr mich nächstes mal wieder einschaltet wiedersehen zum erkunden was hier drin ist war tschüss